Äh, wer isst schon um 16 Uhr abends? What? Du hörst mir nicht zu. Ich sagte, dass ich jetzt erstens mal, erstens mal ist es nicht 16 Uhr, sondern wir haben 16.40 Uhr. Zweitens habe ich gesagt, dass ich jetzt dann kochen muss. Und ich muss mir vorher noch mein Geschirr, beziehungsweise meinen Topf, beziehungsweise meinen Wok muss ich noch abspülen vorher. Und wenn ich den abgespült habe, dann kann ich mich hinsetzen und kann, äh, äh, dann kann ich mich hinsetzen und kann kochen anfangen. Und wenn ich das gemacht habe, dann, aber auch nur dann, habe ich die Möglichkeit weiterzumachen.